Hallo, ich zeige euch heute vier coole Timelapse Frisuren für kurze Haare und wenn ihr darauf Lust habt, bleibt einfach dran! So, das ist schon die erste Frisur. Einfach die Haare nochmal durchkämmen, so wie vor jeder Frisur. Und dann benutze ich so eine Klammer, ihr könntet theoretisch auch ein Zopfgummi nehmen, ich finde es mit einer Klammer einen Ticken schöner. Nehmt ihr euch die eine Partie von der einen Seite und dreht es einfach so ein bisschen ein, so das obere Deckhaar. Das klemme ich mir erstmal so fest, damit es fixiert ist und nicht runterfällt. Und dann kommt auch schon die andere Seite, da mache ich genau das gleiche, einfach das obere Haar nehmen, ein bisschen eindrehen. Und dann mache ich hinten einfach so einen Dutt, so eine Art Dutt, aus den beiden Strähnen und packe da eine Klammer rein. Ich zuppel da so ein bisschen noch die Haare raus, damit es ein bisschen messier aussieht, ein bisschen cooler. Na, an den Seiten, ein bisschen durchwuscheln, ein bisschen das Volumen rausholen. Und das war's auch schon. Genau, das war die erste Frisur. Die nächste Frisur sind so zwei Dutts auf dem Kopf. Dafür braucht ihr einen Mittelscheitel, den ziehe ich mir mal mit so einem Toupierkamm, der wird da eigentlich immer ein bisschen ordentlicher. Ich habe es natürlich jetzt nicht ordentlich hinbekommen. Und dann klemme ich mir wieder die eine Seite schon mal fest, damit ich mit der anderen Seite nicht durcheinander komme. Und nehme alle Haare von der einen Seite einfach nach oben. Ihr könnt die Frisur ein bisschen strenger machen oder ein bisschen lockerer. Ich mache sie ein bisschen lockerer. Ich finde, das sieht dann immer ein bisschen cooler aus. Dann nehme ich die Haare oben zusammen, zu so einem Dutt, drehe die einfach so ein bisschen um sich herum. Und dann nehme ich ein Zopfgummi und stecke das fest. Und drehe das da rum. Sag mal, steckt es fest oder dreht rum? Egal. Da zirbel ich so ein bisschen wieder dran rum. Ziehe das ein bisschen auseinander. Und dann finde ich das auch schon ganz okay so. Und dann mache ich die zweite Seite auf. Und eigentlich genau das gleiche. Also ich mache die Haare wieder nach oben hin zusammen. So, dass es mir eben gerade so gefällt. Und dass ich die Haare alle zusammenkriege. Dann werden die wieder in sich eingedreht. Einfach so ein bisschen runter rumlegen, wie ihr das gerne möchtet. Und dann mache ich da auch schon ein Zopfgummi runter rum. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eben noch Bobbypins benutzen. Das mache ich jetzt auch nochmal. Um die einfach nochmal ein bisschen festzustecken. Falls euch da irgendwas noch nicht dran gefällt, was man noch feststecken möchte. Das habe ich jetzt gemacht. Dann nehme ich wieder ein paar Haare vorne raus. Ein paar Strähnen. Strähnen vor den Ohren nehme ich immer raus. Ein bisschen von oben. Ich mache das wieder ein bisschen lockerer. Und dann war es das auch schon mit der Frisur. Da sieht man übrigens, dass ich den Scheitel nicht so schön hinbekommen habe. Genau. Und dann kommt schon die nächste. Das ist einfach so ein Look, den man einfach mal so zwischendurch machen kann. Das kann man mit einem Mittelscheitel oder mit einem Seitenscheitel machen. Ich habe es jetzt mit einem Mittelscheitel gemacht. Nimmt die Haare einfach nach hinten und macht ganz unten einen Dutt. mit einem Zopfgummi einfach fest. Und dann habe ich noch so ein paar Bobbypins benutzt, um den Zopf ein bisschen hochzuklemmen, weil mir der zu weit runter hing. Dann habe ich das da oben einfach noch so ein bisschen festgemacht. Dann habe ich noch ein bisschen locker gezogen. Und dann kommen vorne auch wieder einfach so ein paar Strähnen raus, was ich ja dann immer mache. Dann habe ich nämlich dazu entschlossen, dass ich es doch schöner finde mit dem Seitenscheitel. Also habe ich meine Haare einfach wieder rübergepackt. Das fand ich dann ein bisschen cooler für mein Gesicht. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Und das ist auch schon die letzte Frise. Das sind einfach so zwei Flechtzöpfe. Die mache ich aber wirklich mit dem Mittelscheitel dieses Mal. Ziehe mir den auch ganz gerade. Und dann stecke ich mir wieder die eine Seite fest, wie jedes Mal. Und dann nehme ich mir vorne so eine dünne Partie, teile die in drei Strähnen und die flechte ich jetzt immer von unten. Das heißt, wir machen so einen hollidischen Zopf. Ich flechte also immer von unten, immer links und dann unter die mittlere. Und rechts und unter die mittlere. Und die ersten drei Male nehme ich noch keine Haare dazu. Zwei, drei Mal, wie auch immer, führe ich den Anfang immer ein bisschen schöner. Und dann nehme ich aber langsam Haare immer dazu. Und so geht das jetzt praktisch den ganzen Kopf lang. Und das zeige ich euch jetzt einfach einmal im Schnellmichlauf. So, unten flechte ich das dann nur zu Ende. Dann kommt da ein Zopfgummi rein. Und dann geht das Gleiche wieder auf der anderen Seite los. Das heißt, einfach wieder vorne eine Strähne abteilen, die in drei Strähnen nochmal teilen. Erst zwei, drei Mal so flechten und dann flechte ich das einfach wieder ein. Und am Anfang bin ich immer ein bisschen, also flechte ich ein bisschen strenger, ein bisschen fester. Das mache ich eigentlich auch die ganze Zeit bis zum Ende eben. Und dann kommt da wieder ein Zopfgummi rein. Und dann wird das Ganze auch gleich einfach nur noch aufgelockert, ein paar Strähnen rausgeholt. Sieht der Zopf nämlich immer noch ein bisschen größer aus, wenn die Strähnen einfach so ein bisschen auseinanderzieht. Einfach so ein bisschen auseinanderzieht, dann sieht das schon immer ein bisschen größer und dicker die Haare aus. Genau, dann werden die Haare vorne noch rausgezogen, ein paar Strähnen rausgenommen. Dann sieht das alles ein bisschen unordentlicher aus. Und das war es auch schon mit der Frisur. Und da gibt es noch so eine kleine Variation. Und zwar flechtet ihr einfach nicht bis zum Ende, sondern macht am Ende von eurem Kopf, nehmt man das so einfach in den Zopfgummi rein, dann habt ihr da so Zöpfchen halt. Das finde ich auch immer noch mal ganz cool. Sieht noch cooler aus mit noch einen Ticken kürzeren Haaren, finde ich. Ja, und das war noch mal so eine Variation vom letzten. So, das waren meine vier Tamla-inspirierten Frisuren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eigentlich kennt man die Frisur, ja, glaube ich. So. Aber ja. Wenn ihr irgendwie weiter sowas sehen wollt, weiter Frisuren, weiter Make-up, was weiß ich, schreibt es mir unten in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch, gern auch ein Abo dalassen, da würde ich mich super drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.